Joa Leute, was geht? Mein Name ist Razor VX-Mitte-Nur. Mal, geht auch. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn, Junge? Was ist das? Hör auf, Junge. Was ist ein Typ, Alter. Was ist das denn? Weil das erschreckt ist. Alter. Komm, komm. Der hört dich zu. Komm, lass auf, komm. Lass auf, komm. Ruf deinen Kuchen. 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 Dürfen wir auch hier? Na komm. Das ist voll nicht normal, ey. Boah, das stinkt jetzt irgendwie. Steh mal vor das Felder von den Kopfengen. Boah, nee, ich geh gleich runter, Digga. Digga, ich schwitze, Alter. Mein Handy ist beschlau. Ich geh unten, Digga. Komm. Guck mal mein Handy an. Ich hab nichts gemacht. Ah, das sind Schildkröten. Ah, wegen das. Boah, Digga, was ist denn das? Welkommen Sie? Viel besser, Juni. Alter. Digga, was ist das? Soll man da oder da? Ja, da. Nein, wir sind von da. Und hier ist Ausgang, Digga. Ja. Ich küsse deinen Ernst, Juni. Ich finde, du ist wirklich cool, Digga. Guck mal, da sind Dings. Oha, Digga, da sind... Wie heißen diese Tiere? Flamingo. Flamingo, ja, Digga. Das sieht so krass aus, Digga. Wie die. Das ist ehrlich krass. Digga, ich... Meine Hände direkt beschlagen. So, ich... Ich filme so auf einmal hier diese Dings... Die Linsel war am Arsch, Juni. Was ist das? Das fühlt sich so komisch an. Guck mal, wir können... Wir sind hier bei Flamingos. Wir sind hier bei Flamingos. Hier sind Flamingos. Auf der Autobahn. Ja, wie? Was guckst du? Was, Juni? Was? Einmal auf, Juni. Okay, komm, scheiße. Der Bray winkt. Oh, die sehen dich. Guck mal, er winkt bei der Autobahn. Guck mal, er winkt bei der Autobahn. Hey, ich pack dich mega, Juni. Komm, wink nach vorne. Wir haben keine Tasche, das Ding. Und diese Delfine, Digga. Oh, der Bastard. Ja, genau. Ja, ich weiß, du hast gratis. Ja, die sehen, dass es uns wieder geht. Ja, eigentlich machen wir das. Ja, ich will ja auch gerne arbeiten. Du. Das ziehe ich weit weg. Oh, das ist zwei Stunden von uns. Zwei, drei, oder? Drei Stunden ungefähr. Ja, mit Zug, das ist schon hart. Das ist Pay. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Einzeln. Digger, wie geht das? Ja, wie geht das? Hä? Das ist crazy. Hä? Hä? Wie machst du mit Hand? Das ist krass, Digga. Das ist krass, Digga. Das ist ein Fisch, oder? Ist das ein Fisch oder so? Das ist echt krass. Wir haben alle selber auch noch... Und auch noch zehn, drei, Zie, große Tüfter. Fünf Tiere, doch auch noch. Sind die Tranz hier bei uns im Gespräch geboren. Ja und ich denke, wir schlängchen die Tiere auf einem Stück. In der einzelnen Form. Der ist bereits 15 und 40 Jahre alt. Wuh. Oh, das ist... Das ist hart, Digga. Digga, er kann nicht propfeifen, Megadarm. Schau mal, ich muss das mal sehen. Was? Wie können die doch so schnell trainieren? Das war nicht schlimm oder? Ist schlimm? Ja, ich finde es nicht. Was denn? Ja, wenn Tiere etwas machen, was man nicht äh, wie heißt das? Befehlen so, also... Das Ganze betrifft auch nicht davon. 3-1-2-3, wir treffen noch mal Reifel, 6-7. Alles klar, alles in gewahrt. Wir legen los mit dem ersten Spruch und dann geht es über einen Wasserstrahl. Wir lockern uns erstmal auf mit ein paar Hörser. Duschen die hier so rum, oder was? Was machen die da? Oha! Oha! Er pünkt auf, der hat Arme. Du bist auch so ein Typ, ey. Oha! Er guckt nicht. Der war rundal so kurz. Hä? Was? Das ist eigentlich ein Pieten. Das ist wirklich... Das ist echt krass, die Tiere, Digga. Er wollte, er wollte. Er wollte springen, aber es war hoch. Der Arme. Der Arme los. Der Arme. Der Arme. Der Arme. Der Arme. Aber ich... Ich check das nicht. Wie können die das checken? Jetzt komm. Oha! Digga, hä? Hä?! Was? Digga, hast du so verarscht? Die Detauss. Warum sind die nicht das? Es geht noch mehr rein. Digga, ich... Wie können die das machen? Oho. Da wo die drei, vier ist. Was ist damit? Was ist die Wage? Da haupt sie doch nicht. Oho. Oho. Oha. Oho. 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 Guck mal da oben, guck mal da oben. Blink der Arsch, Junge. Ja, das ist krass, der. Krass, der Bar geht, ach so. Schau mal, kann ich das draufstellen? Was ist für Delphine? Delphine sind auf den geschickten Umgang und mit den unterschiedlichsten Gegenständen. Delphine spielen ganz gerne mal mitschneiden, betreiben und betreiben und betreiben. Und dann sehen wir es auf der Schmarrnitspitze, wo der Schmarrn ist ein Geräusch. Oha. Diese heißen Flipper. Die Flipper sind wieder los. Decker. Decker, das ist so random, Alter. Die sind aus Europa-Zeiten. Ah. Decker. Oha. Alter, was? Aber das ist krass, das ist wie ohne Scheiße, ey. Aber das ist krass, das ist wie ohne Scheiße, ey. Oh, jetzt kommt Vick, das kommt, das ist krass. Ich finde, das ist echt, ey. Das ist krass. Du bist krass. Strama und fliesst. 400 Euro mal wieder entra Frysa. Nochmal, kommmal. 世界 ist für 우f thread. Dies ist krass. Er trägt den Ball! Wow. Der trägt den Ball! Oh my god. Hä? Pretty much arbeit. Highlyrier. Was munanta grisir! Der ist besser als wir, Alter. Ja, 저기. Oha. Fokus. Fokus. Was? Die Faden hat nur noch verloren. Schlafen die noch mal. Das passiert schon. Nein. Nicht so schlimm. Wir klemmten einfach noch mal ein. Nee. Er wollte den Ball, ja. So, aber auch die Dämonien sind in der Zwischenzeit angekommen. Was? Ja, voll. Ey, Alter, das ist ehrlich klasse. Ja, schauen wir uns auch gleich noch mal die Furke ganz genau an. Denn wie müssen eigentlich Delfine ihre Hand balancieren? Gib mir einen Fuß. Balancieren. Was? Hey. Digga, wie? 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 Bruder, ich fühl mich so wie ein Zwölfjähriger, Alter. Ich bin 19, Junge. Bald. Aber auch unsere anderen Weltkriege sind natürlich sehr geschickt. Unsere Jugendliche, die lernen gerade. Hey, von der Scheibe tut mir. Wir gucken genau diese Bälle in die Hand zu werfen. Das ist auch gar nicht so einfach. Aber wir haben das mal. Ja, als wenn die das machen, Digga, Alter. Oha, Bruder. Mit 10, Alter. Oh, oh, oh. Oh. Das ist Super. Ja, das ist das Ding, die macht mit ihr im Mund, aber ich... Machst du das? Das ist Ronaldo, Alter! Ronaldo ist das Ding, das ist der Ronaldo! Die sind besser als uns! So, kommen wir an dieser Stelle zu einem Spruch in über einer Zeit. Denn wir werden sehr oft gefragt, warum erfrinken denn viele in der Natur im Netz? Wenn viele immer noch gut springen, warum springen die nicht einfach über das Netz hinweg verlängert? Ja, guck, Lena, du wolltest doch! Guck, ja, ja, guck! Dann haben wir noch eine Freundschaftsgruppe. Da sind die Frauen und ihre Reise in den Welle. Einmal für den E.O. Einmal für den P.O. Einmal für den P.O. Ha? Ja, gleich vielleicht, man weiß ja nicht. Ja, gleich vielleicht, man weiß ja nicht. Einmal für den P.O. Alles klar, Schwung holt! Da kommen die drei... Da kommen die Hohen unten. Guck! Kannst du mich nicht mehr, aber... Guck! Ja, das war mega krass! Ohne Scheiß! Was sagst du dazu? Das war so geil! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Ohne Scheiß! Aber ich bin jetzt auch so geil! Du bist richtig cool, aber! Danke! Ja, das ist weiblich, männlich, männlich. Beide männlich? Ja. zu löwen guck mal was der will okay es ist halt aber nicht zu stehen warum ist so lange anrufen guck mal ganz gut so lustig super super sie Das war's. Das war's. Du weißt, was du gerade Video machen willst. Was? Ich mache gerade Video. Video? Ja, das ist bloß. Ach so. Ach, schon geht's. Echt? Was war das? Video? Oh nein. Oh nein. Ist das dein Kanal? Ja. Ach, schon ist das. Hey Leute, du hast hier einen Sprint. 1,540. Okay. Ich hab's nicht so warm. Wann die Stich war? Ich fand die Ränder als ich. Ich hab's nicht so gut gemacht. Ey, was hat's kaputt, ey. Was hat's kaputt, ey? Ich hab's nicht so gut. Mach doch einfach so. So, we're just... Schönen Sie mich nicht mehr. Komm. Sehen wir mal hin. Oh, nee, Mann. Ich muss den Kopf sagen, ne? Ja, das ist auch gut. Oh, nee, put. Oh, nee, put. Ah, sovrauch. Oh, nee. Oh, nee, sovrauch. Oh, nee, ich muss den Kopf sagen. Komm, um, du bist so. Komm, um, du bist so. Und du bist so, du bist so. Du bist so, ich mach dir. Das ist das, was du? Ja, das ist das. Es ist das, was du? Ja, das ist das. Okay, bitte. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020